keine Hordis ich hab selber früher mal Hordi gespielt ich war ein untoter Hexenmeister, oh jetzt kümmern die sich da alle ums Wasserwerk ähm und da ist auch was, ach da ist nur einer Attacke, wir probieren's einfach mal irgendwer funktioniert so was funktioniert nicht Hui, vielleicht ist auch nur der Opfergoblin hier und hält hier die Stellung Und schreibt jetzt wahrscheinlich in Schild... HEEEEE Inkk, inkk... Wasserwerke, inkk... Jetzt... Oh, das ist ein Heiligpriester. Ich hasse diese Typen. Gehn nicht kaputt. Du kannst machen, was du willst. Vergiss es. Oder ist es ein Diszi? Ich weiß es gar nicht. Der kann schilden. Also ist es wahrscheinlich eher ein Diszi. Ich mag Priester allgemein nicht. Jetzt kommen sie wieder hierher. Ah. Bleib beim Wasserwerken. Die spielen viel taktierter. Gibt es das Wort taktiert? Ne, gibt es nicht das Wort taktiert. Taktischer als wir. So, jetzt haben wir es. Kloppen. Ist mir jetzt auch relativ egal, ob wir hier gewinnen oder nicht. Ich will einfach nur die Typen hier oben hauen, wenn ich hier mal einen kriegen würde. Aber irgendwie sind die alle hier zu gut ausgestattet. Die haben alle wahrscheinlich komplett High-Level-PVP-Equip an. Und ich hier mit meinem Boon-PVP-Equip, da sehe ich natürlich keinen Stich mehr. Jetzt gehe ich kaputt. Die haben hier wahrscheinlich irgendein Heilswerk am Start. Aber ich finde es lustig, die sind... Wie viele sind das jetzt? Zehn Mann. Bestimmt zehn Mann hier, die hier rumrennen. Und kriegen nicht drei Mann kaputt hier. Ah, oder doch bald. Achso, ja, ich habe auch ein Temporal-Dingensbums da bekommen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich kriege ja so einiges nicht mit. Ah, ich will nicht sterben. Nein, ich sterbe nicht. Hier, geh weg. Ich sterbe nicht. Nein, jetzt noch nicht. Ich sterbe nicht. Geh weg. Bleib mir vom Leib. Ihhh. Verdammt. Bin doch gestorben. Ah, ha, ha. Hm, 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 hm. Äh, hm. Entschuldigung, ich habe mir gerade den Shit durchgelösen. Ich war ein bisschen abgelenkt, weil da geht es wieder hoch her. Beziehungsweise, was heißt hoch her? Ähm. Äh, Boon-Action im Chat. Nein. Ähm. Kann man nicht so schreiben. Ist was Geld in internen oder sowas Privates? Äh, was mich immer wieder zum Schonzeln bringt. Ihr wisst es halt, es gibt halt so Leute, die kapieren es halt nie. Und so ist es da auch. Äh, ja. Mehr werde ich jetzt dazu auch nicht sagen, weil es ist jetzt auch ein bisschen zu privat. Äh. Was denn? Habe ich den Weg versperrt? Äh. Hier ist aber auch nichts. Ich weiß gar nicht, wo die hier alle rumgucken. Die stehen echt alle am Leuchtturm. Und beschützen alle den Leuchtturm. Oh, das kannst du auch vergessen mit drei Mann hier. Hier um was zu reißen. Genau das meine ich, nehme ich. Zack. Es ist immer ein ab hier. Du konzentrierst dich mal auf den einen Kopf, gleich wieder der andere angeschissen. Und ich werde sterben. Den Helden tot. Äh. Er ist gestorben für die Pflicht. So. Aber das ist ein WoW ja nicht schlimm, das Sterben. Da ein freundlicher Geist. Ein weiterhilft. Und hui. Und wir sind hier richtig schön am losen. So richtig schön, weil hier alle am Leuchtturm stehen. Warum auch immer. Äh. Ja. Hier ist Megadeath angesagt. Aber die Leute raffen anscheinend nicht, dass es nichts bringt. Ähm. Tja. Gewinntunwahl nicht mehr. Ähm. Ja. Ich weiß halt nicht. Ich denke mal das Video wird als 720p kommen. Weil 1080p ist mir dann doch ein bisschen. Die rennen ja echt immer hin und her von einem Punkt zum anderen. Und so ist es eigentlich auch richtig. Die spielen taktierter als wir. Um das Wort nochmal aufzugreifen von vorhin. Was eigentlich wahrscheinlich gar kein Wort ist. Taktiert. Sondern nur ein Wort Neuschöpfung von mir. Von meinem. Aus meinem komischen Geist. Wie auch immer. Gehirn. Was ich immer auf euch in neuen Worte. Äh. Einbildet. Ich weiß. Ich würde das bestimmt sagen. Oh. Ist das ein. Ein Noob. Ein Noob. Ein WoW. Ein Noob. Ein P. Bin ich auch. Hab ich aber überhaupt kein Problem damit. Äh. Ich muss nicht gewinnen. Solange ich wenigstens ein paar Punkte bekomme. Ein paar Ehrepunkte. Ist es mir auch egal. Ähm. Und die gibt es ja eigentlich immer. Gibt ja glaube ich fürs Verlieren sogar Punkte. Also pff. Juckt es mich nicht wirklich. Ähm. Aber hier eine heilige Kuh. Guckt euch das an. Eine heilige Kuh. Ein Paladin. Ist es ein Paladin? Oder ist es ein Paladin? Ne. Ist es ein Schamane. Gut. Da habe ich nichts gesagt. Es gibt ja jetzt. Seit kurz bevor Cutter rausgekommen ist. Konnte man ja auch ein Kuhpaladin spielen. Äh. Was ich eigentlich total. Was total dann. Was mal sowas von daneben ist. Weil. Oder ein Priester. Eins Kuh. Ja. Man muss sich das mal aus der Zunge zergehen lassen. Ne Kuh. Ja. Ein Paladin. Ne Kuh. Ne heilige Kuh. Die hat den ganzen Tag den Red Bull gesoffen oder was. Dass sie so rumfliegen kann. Dass sie Flügel kriegt. Die muss Red Bull. Mann. Mann. Ähm. Jo. Wir verlieren gleich. So in 20 Sekunden oder so. Und ich sterbe auch sowas schon vorher. Höhö. Äh. Was mich nicht wirklich juckt. Und. Wir. Haben. Noch nicht verloren. Ich hab noch 10 Sekunden. Aber in den 10 Sekunden werde ich wiederbelebt. Also kann ich niemanden mehr hauen. Das nervt mich jetzt doof. Das finde ich doof. Das finde ich nicht so schön. Oh. Jo. Das war's. Ähm. Vierter. Vielen Dank.